Hallo Na, da sind wir wieder. Willkommen zurück auf unserem Spaß-Kanal. Zumindest auf einer Seite. Ja genau, Spaß-Kanal. Ich suche mir jetzt mal eben, hier guck mal das ist ein Einstellender und der Schied sagt jetzt. Schiede! Warum denn immer so? Das ist gut. Oh die bösen die Pferdchen. Hallo, ist das Nessi ist das. Sieben, acht, neun, zehn. Ehredivise. Guck mal hier, man muss mit einem Stern anfangen, dann kann man sich ein bisschen hocharbeiten. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn. Jetzt kommt Ajax, ne? A, neun, zehn. Fail not. Fail not. Uh, halten wir diesen Moment fest. Okay. Halleluja, Halleluja. Ich habe das bessere Team. Finde ich ja. Also wenn du dann gewinnst, dann ja. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich verliere ich wieder. Das weiß ich, ich bin 15er. Bis gleich. Da sind wir wieder, Freunde. Am Start. Also hallo bei Seven Days to Die. Oh, das sieht aber komisch aus für Seven Days. Ja. Die Zombies bist du. Ich bin hier. Ein neues Grafik-Update? Ja. Achso. Ecke rausholen. Das ist ein Abstoß? Ja, natürlich. Der hat den... Absolut frech. Du bist eine übelste Blinse. Natürlich war das Abstoß. Man kann sich freuen, dass er keinen Einwurf noch für mich gab. Das ist schon wieder deine Taktik. Du willst mich ablenken mit komischem Müll und dann schießt du mir gleich ein Tor. Das hast du in den letzten Videos immer gemacht. Wenn du das sagst. Oh, und er rennt zu weit weg. Den kriege ich nicht. Und wieder liege ich hinten. Danke. Volles Spiel. Der regt mich jetzt schon auf. Weißt du das eigentlich? Der regt mich jetzt schon auf. Wird's denn Depp? Nee, dann machen wir aus. Erstmal er hier. Ich renne dann vorbei. Ja, toll. Und dann erst. Was macht der Junge da? Ja, ich renne ein bisschen blöd hin und her. Ich liege wieder. Ja, ich will dich nicht spielen. Definitiv. Es ist so nervig. Den habe ich gerochen. Ja. Ja, und stell dir vor, der hat mal das gemacht, was er machen soll. Also ich bin völlig bekannt. Der nicht. Der nicht. Ist okay. Ecke? Würde mich jetzt nicht wundern. Ja, es gibt es wirklich. Alter. Das ist doch behindert. Oh, ihr Jürgen sind besser Spieler. So, ich wäre durch gewesen. Rot. Jawohl, das ist rot. Oh, der war doch noch einer. Oh, Leonel. Mach doch nichts für's, ey. Ich schieße doch kein Tor. Ey. Ja. Ich habe eine Idee für ein neues Tutorial. Ja. FIFA Tutorial. Wie verliere ich am laufenden Band. Aber das guckt sich ja keiner an. Ach, wer weiß. Das gibt für alles im Markt. Jetzt stell dir mal vor, du bist... Wie gehe ich damit um? Ja. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht bringen. Aber stell dir mal vor, du bist so richtig gut, weil es ist richtig Profi. Und musst mal ein Spiel verlieren. Was machst du denn dann? Kannst du nicht? Nein, du musst. Ich... Ja. Wer sagt denn, dass man muss? Ja, ich zeig dir das, wie es geht. Wo, Jürgen sind? Wo bist du denn? Du kommst natürlich wieder zu spät. Ach, schießt auch mit links. Ist doch besser. Holy哦 ho 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 ho. EYI. Werde die denn hier Cohen? Ja, das ist doch auch besser. Ja, du setzt dich auf die Bank, Kollege da. Auf die Bank, alleine. Ich hasse mich. Hallo, ich hasse dich. Hallo, ich hasse mich. Bis es eine Skala für Traurigkeit gibt, ne? Sonst steht die hier gerade auf 100. Und... Und... Wo bin ich dann? 2000? Wo ist Albertin? 2 Millionen? die hat er doch titel des videos noch nie so viel spaß gehabt okay damit hat er schon mal geklärt ist das belastend die devise du hast du eben darüber habe ich habe gedacht aber jetzt schon wieder eben auch keine politiker der holländer ist kein das wird hier sehr anschaulich gezeigt ich hasse ihn du hast noch eine chance das wäre der wahnsinn der holt die hacke raus ja es gibt einen knopf der hacke und oh gott schlechteste abwehr der welt schlechteste torwart der welt schlechtes team der welt kann ich bitte albertin wieder haben ab nächste woche gibt es wieder viel vor 17 videos ich hab ihn nicht pro evo sagen ich höre mir auf mit scheiß pro evo mann ja vielfältig der ja auch nicht eigentlich magst du mich richtig ja eigentlich finde ich die total teuer du kannst du verlangst immer sehr viel jetzt sind auch nur menschen stimmt stimmt dass ich beim stürmer verlangt als otoshi ist natürlich das unmenschlich das geht gar nicht aber das ist auch das sind doch alles nur menschen noch keine machen die machen wir auch mal können jürgen sind der verpisst sich erstmals abseits wieder dafür dass ich wohl der im abseits kennt er sich aus guck mal wo der hinschießt das will er mir jetzt hier 81 was will der mit ihm was will erzählen dass er gut dass er gut schießen kann meine fresse 81 und feier nach oben und schießt der eckfahne müsste 81 tempos auch ich weiß nicht ob der sich gerade den dünner holt oder so keine ahnung als geschenk und da wechsel ja und ich darf doch nicht mehr wechseln toll alles klar ja noch eine ecke danke jetzt 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 nicht mehr wenn ich jürgen sind auswechseln dürfte dann ja und wenn man sich so überlegen was wer weiß was er bekommt aber wie denn oder so jürgen ist bedankt er kennt er sich mit aus wie lange das ist einfach dass sein thema die sind alle so hacken ja der eine der das war's letztes spiel für dich für immer hier ist der neue der weiß ja hier der matri die druck jetzt hier so läuft das nämlich zack das hat ran vorbei oder macht den rhein und macht er natürlich nicht was ich weiß hallo ich bin frank ich kenne jede bewegung ja jetzt kommt die super kickers jetzt alles klar jetzt hast du gregor am team so oft kann ich gar nicht blue lagu hören bis ich wieder gute laune habe aber das geht doch ums paradies jetzt bring rein da und wieder einmal ist es einfach nur schlecht und behindert ja ist klar mit ihr der tor war die sonne ich war nur mal entspannt hier für euch damit so außer dass knapp war aber man der stolper der stolper bring rein das ding jetzt 1,2 joo 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 denn großes tennis haltыми tolles no Absolutely mal haben diese sterbe ja ich würde sagen wir hören jetzt auf ist ich so. ja wir sehen uns beim nächsten video biefer 17 freunde neuerunde neustunde